Schön, dass Sie da sind bei Kurskorrektur. Heute geht es um Lachen ohne Grund. Und an meiner Seite Carmen Cochlin, die bekannte Lachtrainerin. Liebe Carmen, herzlich willkommen. Erstmal, wir haben ein hochspannendes Thema. Kann man eigentlich 24 Stunden, 365 Tage lang glücklich sein und gut gelaunt? Ich glaube nicht. Ich finde auch. Also ich denke, das ist anstrengend. Wir haben ja ganz viele Menschen, die so ein positives Denken, immer positiv sehen, das Gute sehen, in der Freude bleiben. Wie verlebst du so deinen Tag, wenn du... Hast du Schwankungen? Also ich kann mich schon mal ziemlich ärgern oder aufregen oder wütend sein und versuche dann aber relativ schnell aus dieser negativen Emotion wieder rauszukommen. Ich meine, das ist ja eine Frage der Verweildauer. Wie lange gönne ich mir den Anfall an einer Emotion, die gerade noch im negativen Bereich ist? Welche Intervalle hältst du da ein? Also früher waren es manchmal Wochen. Turbo, Turbo-Tiefgang. Inzwischen sind es Stunden, Minuten, also je nachdem, wie intensiv gerade der Ärger oder das Gefühl ist. Man spricht ja von den verrückten fünf Minuten. Ich meine, ich finde ja, man sollte die sich in jeder Emotionslage mal gönnen, um so ein Normalmaß wiederzukriegen. Oh, fünf Minuten ist schon lang. Wenn du das richtig auslebst, ja. Denn die Sache ist ja, dass wir die Emotionen immer so runterdrücken. Also die dann schwedeln die so vor sich hin, wie so ein plätscherndes Wasser, finde ich. Aber wenn du jetzt so richtig wütend bist und sagst, ich tobe mich jetzt fünf Minuten volle Kanne aus, ich glaube, dann ist der Akku auch leer. Aber fünf Minuten im Büro wirklich wütend zu sein. Nicht im Büro, dafür geht man. Ich habe doch nicht gesagt, du sollst im Büro wütend sein. Gehe auf die Toilette, stelle dich unter einen Bahndamm oder irgendwo, aber doch nicht fünf Minuten. Nein, um Gottes Willen, das ist ja anstrengend für alle Beteiligten. Nein, das dachte ich jetzt nicht. Ich finde halt diese, kennt man doch bei Kindern, wenn die ausrasten. Da sagt man, das sind jetzt die tollen, dollen fünf Minuten. Hast du das nicht bei deinen Enkeln? Noch nicht so richtig. Die sind doch zu klein. Ja, ja. Und bei deinen Kindern, wie war das da? Da hat man dafür gesorgt, dass die sich natürlich wieder ordentlich benehmen. Was für eine Struktur, ne? Ja, ja. Unausgelebte Emotionen, die nicht ausgelebt sind. Ja, da hat man sich ja auch irgendwo geschämt, wenn das Kind sich so daneben benommen hat. So gerade im Einkaufsladen, so einen Anfall kriegt. Ja, super. Auf den Boden schmeißt und schreit, mit den Füßen stampft und Theater macht. Und alle sagen, können Sie ihr Kind nicht richtig erziehen? Ja, da lernt man es aber dann schon. Dass man sich nicht austoben kann mit seinen Emotionen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja den Gedanken oder das Gespräch heute darüber, dass kann man wirklich dauerhaft glücklich sein? Und dauerhaft gut drauf. Wir würden beide sagen, nö. Ja. Also da sind wir uns schon mal einig. Ja. Könnte man aber sein Potenzial der guten Laune steigern? Also das habe ich auf jeden Fall durch Slachyoga erlebt, dass ich das mit dem Training, so wie mit jedem Krafttraining oder mit jedem Joggen oder was auch immer man macht, gesteigert habe. Also das heißt, diese Tiefgänge damit reduzierter lebst. Und auch die hochs, dann länger aushalte. Hoch, länger und tiefs, kürzer. Ja. Das ist ja schon mal was für einen Tag. Ja. Da kommen wir da schon mal besser durch. Ja. Das Thema ist ja immer, dass ich glaube ich, viele unserer Zuschauer eher das Gefühl haben, dass man sich in diesen Emotionen auch so in den Negativen noch so gerne rumsuhlt, finde ich. Nochmal, das Wetter ist schlecht, da haben wir richtig was zu reden. Die Sonne scheint einfach nur so ganz friedlich vor sich hin, hört eigentlich das Thema bei Wettersprachen schon auf und jetzt ist es aber heiß. Da haben wir wieder ein Thema. Ja. Oder Krankheiten ist ja auch ein tolles Thema. Oh, Krankheit ist auch ein schönes Thema. Da kann man sich dran aufhalten. Ja, da kann man ein paar Stunden mit verbringen. Ja. Oder überleg dir mal, wir treffen uns und sagen, na Kam, wie geht es dir heute und du sagst, gut, ist das Gespräch fertig. Stimmt. Legst du aber los, was du alles erlebt hast, da haben wir aber Gesprächsstoff. Ja, ich habe das auch festgestellt, damit können die Leute auch besser umgehen, wenn es mir nicht so gut geht. Ja. Man müsste sich ja auch überlegen, wenn es einem anderen gut geht, warum es dem besser geht oder warum es mir nicht gut geht. oder was der macht, dass es dem besser geht. Ja. Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft gut gelaunt zwar in Persönlichkeitstraining sehr propagiert wird, mit Chaka-Chaka, Heppa-Heppa, gut gelaunt, aber das kommt manchmal da innen ganz innen nicht an. Also es hat so keinen Nachklang. Ich meine, du besuchst ja auch Seminare, wie ist das so, Chaka-Chaka, Huhu, auf den Stühlen stehen und dann? Ja, also es gab Zeiten, in denen ich danach dann auf jeden Fall in so ein Loch gefallen bin. Das glaube ich auch, weil ich glaube, wenn das nicht wirklich tief gelebt ist, also da ganz in mir im Kern angekommen ist, so irgendwas angetickt hat, dann ist es so wie so eine Wolke, die verzieht. Ja, inzwischen bin ich auch der Meinung, ich muss nicht immer gut drauf sein. Jede Emotion hat ihren Platz und ihre Beständigkeit oder ihren Sinn. Ihren Sinn, das finde ich auch total gut, weil ich finde, dass jede Emotion, die wir haben, eine Frage ist immer, in welchem Kontext und in welcher Intensität lebe ich die aus. Weil sagen wir mal Angst, ist ja immer so das, was man weghaben will, Angst weg, weg, weg. Aber Angst ist doch etwas, was mich auch beschützt. Angst ist, was mir ein Signal gibt, dass ich auf etwas achten sollte. Wenn die mich natürlich richtig einklemmt, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gehe, dann ist sie krankhaft, sicherlich. Aber in einem gewissen Maß, in einem gewissen Kontext ist sie doch wunderbar. Wut, finde ich gut, kann man seine Grenzen setzen, kann man sagen, hier Schluss wird lustig heute mal, heute machen wir damit nicht weiter. Überlegt man, da hätte gar kein Wutpotenzial in uns. Ja, stimmt. Trauer? Ist Trauer gut? Wann wäre Trauer gut? Naja, wenn was traurig ist, vielleicht ist oder so. Und ich auch das zulasse, dass ich jetzt was vermisse, mir was fehlt. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, wenn ich traurig sein kann, kann ich auch hilfreich sein. Weil dann kriege ich mit, wenn jemand anders traurig ist. Ich bin sensibler, kann vielleicht empathischer sein. Ich kann auch so ein Stück weit mit was abschließen. Ja. Also wir würden jetzt mal beide so schon ein kleines Rosemä ziehen. Emotionen gibt es keine schlechten. Und dauerhaft gut drauf würden wir jetzt mal echt stark bezweifeln, dass das 24 Stunden, 365 Tage, das mal 120 Jahre, weil so alt war man schließlich werden, funktionieren könnte. Ich glaube nicht. Aber du hast noch einen Experten dazu eingeladen, der hat nämlich einen Selbsttest gemacht. Wer ist das? Ja, der Josef. Ja. Der hat einen Selbsttest gemacht, um zu gucken, ob er sieben Tage lang glücklich sein kann. Guck mal, der hat noch niemals 120 Jahre festgelegt. Der hat nur sieben Tage, der wollte nur sieben Tage schaffen. Okay, gut. Und du hast mit ihm ein Gespräch geführt schon oder du hast was bei ihm in irgendeinem Video? Ja, er hat ein Lachvideo von mir für dieses Video angefordert und hat das wohl auch ausprobiert, das Lachyoga. Und ich bin gespannt, was er so für Erfahrungen hat. Ja. Auch jetzt im Nachhinein. Ja, auch noch in der Nachwirkung jetzt einfach. Und zum anderen weißt du ja für dich, dass du deine Lachkurbelübungen oder was du auch immer an Übungen machst, dafür dienen, schnell deine Emotionen zu wechseln. Wann setzt du die ein? Ist das so ein Booster? Vor allen Dingen, sag ich mal, wenn ich wirklich ganz schnell gut drauf sein möchte, wenn ich irgendwie abliefern soll, wenn ich beim Kunden bin, wenn irgendwas funktionieren soll, dann ist das so ein Booster. Da machst du dir voll so einen kleinen Kickdown. Aber Lachübungen sind nicht etwas, die den Schmerz, die die Traurigkeit wegpusten soll. Das war vielleicht am Anfang so ein Stück weit das, was ich versucht habe, aber das funktioniert nicht, sondern es ist wirklich so ein Stück weit eine Entscheidung in dem Moment, wenn ich es möchte und wenn ich es auch zulassen kann. Also man könnte sagen, man kann Lachübungen trainieren, um schneller abliefern zu können, hast du gesagt? Und zu sagen, so hier kann ich jetzt mir nicht so ein langes Gesicht erlauben. Genau. Ganz schnell den Zustand halt ändern. Um wieder Energie zu kriegen. Ich bin gespannt jetzt auf dein Interview mit dem lieben Josef. The Chairman heißt er nämlich, hat einen tollen YouTube-Kanal. Da kann man viele, ich habe da mal gestöbert, ganz viele Experimente macht er. Von dem kann man was lernen und mal üben, was das so mit einem selber macht. Also ich finde seine Videos sehr interessant und ich freue mich jetzt auf euer Gespräch miteinander. Viel Spaß. Hallo Josef. Hallo. Ich freue mich, dass wir heute miteinander über deinen Selbstversuch sprechen können. Du hast ja versucht, sieben Tage lang dauerhaft glücklich zu sein. Was hast du denn rausgefunden für dich? Dass das nicht funktioniert, ist glaube ich so mein finales Resümee gewesen. Also es ist ein wunderschöner Start und man ist wesentlich länger glücklich als sonst. Aber dann kommt auch der entsprechend tiefe Fall. Ich hatte dir damals ein Lach-Video geschickt. Hast du das ausprobiert? Ja, das war super hilfreich. Ich habe damals in so Situationen, in denen es abgefallen ist und ich gemerkt habe, jetzt wird es schlechter, immer wieder aufs Lach-Yoga zurückgegriffen. Aber nicht nur das Video, was du mir geschickt hast, sondern tatsächlich auch deinen Kanal durchforstet. Und das hat auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen verlängert, bevor der Abstieg kam. Wie gehst du denn jetzt damit um? Was hast du denn rausgefunden für deinen Alltag? Ich habe rausgefunden, dass wenn man zu viel von etwas hat, so ist es ja in vielen Dingen im Leben, wird man denen überdrüssig. Und ich glaube, beim Glücklichsein hat es auch mit den Synapsen im Körper zu tun, dass man so viel gar nicht verarbeiten kann. Und ich glaube aber insgesamt bin ich seit dem Experiment glücklicher, weil ich weniger mir Stress mache, irgendwie besonders in irgendeiner Richtung drauf zu sein. Aber ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig war, war auch, dass ich gemerkt habe, je positiver ich an Dinge rangehe, desto eher gelingen sie mir und desto eher traue ich mich auf Sachen. Und es ist tatsächlich gestern wieder was passiert. Ich habe vor einer Woche mitbekommen, dass es eine Förderung für ein Drehbuch gibt, das man einreichen kann, aber man hat nur noch einen Tag gehabt. Und da habe ich mir gedacht, in einem Tag eine Förderung einreichen ist total stressig, das macht mich doch wahnsinnig. Und habe aber gedacht, ist doch egal, ich setze mich zwei Stunden hin, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Es hat tatsächlich geklappt. Und das hätte ich mich früher nie getraut, das zu machen. Wow, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Du hast ja ganz viele Sachen in diesen sieben Tagen ausprobiert. Was hat denn da noch so funktioniert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Musik hat gut funktioniert, also Musik, die mir gute Laune macht, um mich irgendwie nach vorne zu bringen. Gutes Essen hat funktioniert. Was hat nicht funktioniert? Am Ende hat gar nichts mehr funktioniert. Also irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob das der dritte Tag war, irgendwann konnte ich machen, was ich wollte. Ich war nur noch niedergeschlagen, traurig und gleichgültig. Wie bist du eigentlich auf dieses Experiment gekommen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die initial auslösende Idee war. Ich habe letztes Jahr ein Experiment gemacht, in dem ich 14 Tage lang auf alle Bildschirme verzichtet habe. Und in der zweiten Woche dieses Experimentes auch auf alle anderen Reize, die es irgendwie gibt und Dinge, die mich ablenken können. Und bin damals auch ganz tief in so ein Loch gefallen und habe mich, glaube ich, danach gefragt, was ist denn, wenn man wirklich krampfhaft versucht, immer glücklich zu sein? Also wie lange hält man es aus? Wie lange kann man sich eigentlich oben halten? Und wie lange dauert es dann, wenn man gefallen ist, um wieder hochzukommen? Also lohnt sich das? Und was mich so interessieren würde, wie waren denn die Reaktionen von den Leuten? Und was haben Sie dazu gesagt, was haben Sie vielleicht auch für sich mitgenommen daraus aus deinem Selbstversuch? Du willst ja damit die Leute auch ein Stück weit motivieren, das auszuprobieren, oder? Oder auch nicht. Also in dem Fall war mein Fazit tatsächlich, es nicht zu empfehlen, es nicht nachzumachen, in der Form, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, spannend war für viele Zuschauer herauszufinden, wie stark Zucker das Glücksgefinden nach vorne bringen kann, aber wie sehr es auch das Glücksgefinden abschwächt, wenn man das halt wie eine Droge zu viel benutzt. Und ich glaube, es hat viele dazu gebracht, dass sie vielleicht von mir auch mitgenommen haben, dass es oft helfen kann, den Fokus zu verschieben. Also Sachen nicht zu ernst, zu eng und zu stressig zu sehen, sondern sich auch mal ein bisschen zu entspannen und sich vielleicht selbst nicht so ernst zu nehmen, so wie du das ja quasi auch propagierst. Jetzt ist das Thema ja das große Thema drüber, Lachen ohne Grund. Was hältst du davon und wie ist so dein Empfinden in deiner Umgebung, was da, was wird da drüber gedacht? Es ist ja was, was in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so verbreitet ist. Das stimmt. Ich finde es immer ganz toll, wenn Leute so eine natürliche Freude haben und sich über so viel auch freuen können. Und wenn man das lernen könnte, wäre das eigentlich ideal. In meinem Freundeskreis ist Humor sehr breit gestreut. Das heißt, Leute sind über ganz andere Dinge glücklich, können über ganz andere Dinge lachen. Was für mich immer ganz toll ist, weil ich einfach in vielen Bereichen, in denen ich vielleicht gar nicht Humor finden würde, diesen Blick bekomme von jemand anders, der drauf guckt und sagt, das ist doch total lustig und das ist doch total schön. Also für mich ist das total bereichernd, einen Freundeskreis mit so einem unterschiedlichen Humor zu haben. Ich habe schon überlegt, im Endeffekt, Kinder lachen ja 400 Mal einfach so ohne Grund und irgendwann verlernen sie das. Verlachen. Ein schöner Versprecher. Und wunderbar wäre es ja, wenn die Kinder das gar nicht mehr verlernen müssten, wenn sie gleich von Anfang an so ein Stück weit sich das mitnehmen in das Erwachsensein, denn es ist ja wirklich so, dass wir irgendwann es verlernen müssen. Warum müssen wir es verlernen? Weil damit wir nicht unangebracht auf einer Beerdigung lachen, oder? Nein, nein, das ist die Sozialisierung, die da auf uns einwirkt im Endeffekt. Sei nicht so albern, am Tisch wird nicht gelacht, dir wird schon das Lachen noch vergehen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, wird Kindern gesagt, wenn sie schon in den Kindergarten kommen und das, sage ich mal, hat so einen Einfluss auf uns, dass wir das Lachen halt verlernen, dieses grundlose Lachen. Das ist ja krass, weil das ja schon in unserer Sprache drinsteckt, aber offenbar auch ganz viel mit Erziehung zu tun hat. Das heißt, da müsste man eigentlich als Elternteil, wenn man dann Lehrer hat, der so redet oder man es selber macht, dran arbeiten. Weil das ist ja total spannend, dieses grundlose Lachen mit in den Alltag zu nehmen. Das kann ich mir nur als entspannend und als Bereicherung vorstellen. Deswegen finde ich das auch so toll, dass ich durch diesen Kick, den ich bekommen habe, so ein Stück weit jetzt auch die jungen Leute erreiche und denen das zeigen kann, die dann auch Kinder haben und das ein Stück weit auch mit, sage ich mal, tragen können. Denn ich selber bin noch so erzogen worden mit Lach nicht so viel und sei nicht so albern. Ja, sei nicht so albern, kenne ich auch noch sehr gut. Und dabei haben wir ja so eine ganz große Kraft in diesem Lachen, wenn wir das für uns nutzen. Ja. In welchen Situationen kannst du es denn direkt für dich nutzen? Wo kannst du im Endeffekt diese Kraft, die das Lachen hat, dir holen? Also eine Sache, die ich seit ich deinen Kanal kenne angefangen habe, ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt, ist aber bei mir, wenn was schief geht, habe ich angefangen zu lachen. Also es hat angefangen mit Stolpern, sich selbst irgendwie hinlegen blöd, den Fuß stoßen und inzwischen ist das so ein bisschen ungelernt im Kopf. Wenn mir jetzt was runterfällt, muss ich lachen. Es gibt ja ganz viele Völker, in denen wirklich so aus Entspannung gelacht wird. Also da geht was schief und dann wird erst mal gelacht. Das kennen wir ja hier in Deutschland überhaupt nicht. Nein. Das stimmt. Ich finde das aber auch so, das ist so schön, in dem Moment, in dem mir eigentlich was passiert, worüber ich mich sonst ärgere und dann lache, ist das sofort entschärft. Ich habe nicht mehr diesen blöden, jetzt ärgere ich mich erst mal eine halbe Stunde darüber, dass mir eine Tasse kaputt gegangen ist, sondern ich räume diese Tasse weg, schmeiße sie weg, lache drüber und dann habe ich es vergessen. Also es ist super. Wir hatten ja vorhin das Thema mit den Emotionen und sie aushalten und ein Stück weit, wie viel gönnen wir uns davon? Gönnen wir uns fünf Minuten Wut? Wie hältst du das bei dir? Wut muss ich lernen auf jeden Fall. Da habe ich Nachholbedarf, weil Wut, da geht jeder anders mit um. Die einen sprühen es nach außen und dann geht es denen auch gut und es ist weg und die anderen nehmen es in sich auf und sammeln es an. Ich sammle auch eher an bei Wut, deswegen klappt das noch nicht so gut. Aber bei den anderen Emotionen habe ich von zu Hause auch gelernt, dass Trauer okay ist, dass man als Mann auch weinen darf. Das sind ja alles Sachen, die vielleicht in deiner Generation auch noch anders gelehrt worden sind. Also da bin ich ganz froh, dass es das bei uns nicht als Stigma gab, Weinen und Trauer, dass das alles in Ordnung ist. Aber ja, Wut und Lachen, da finde ich, kann ich auf jeden Fall noch viel dazu lernen. Wie siehst du das in der Gesellschaft gerade? Wird viel gelacht, wird wenig gelacht? Was hast du da so für einen Eindruck? Ich habe den Eindruck, die Leute sind sehr wütend. Also das ist das, was ich am stärksten wahrnehme. Wut und Aggression. Das kann natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun haben, weil ich da natürlich am meisten Gesellschaft mitbekomme jetzt während Corona. Aber gelacht, es wird, also vor allem im Filmbereich ist es auch so, es wird dann immer erzählt, wir brauchen viel mehr Comedy, die Leute wollen Comedy. Aber die Comedy, die dann produziert wird, führt, glaube ich, gar nicht zu diesem großen, befreienden Lachen. Es ist dann viel Schadenfreude und das ist ja auch nochmal was anderes. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, im Moment ist eher so Wut ein sehr zentrales Gefühl in der Gesellschaft. Da habe ich zwei Impulse dazu. Einerseits nehmen wir uns natürlich dieses Zulächeln und Anlächeln und Anlachen weg durch die Masken. Also da geht ganz viel verloren davon. Und das Zweite ist, ich bin so dankbar dafür. Dieses Lach-Yoga ist ja Lachen ohne Grund. Man braucht wirklich nichts im Außen und kann einfach so Lachen ohne Schadenfreude, ohne dass was passiert, ohne dass man irgendeine Comedy braucht. Und das finde ich ja so wertvoll, weil man damit ein Stück weit frei wird. Man kann Lachen, egal was gerade im Außen ist. Die Maske hat mir aber nochmal gezeigt, tatsächlich, dass man noch dicker lachen muss, damit der andere es sieht. Also deswegen fand ich das gar nicht so schlimm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich viel bewusster Leuten in die Augen gucke, damit ich transportieren kann. Ich lächle gerade. Also das habe ich gar nicht als so negativ wahrgenommen. Aber ich verstehe natürlich, dass das erst mal ein Problem ist, dass so viel vom Gesicht nicht zu sehen ist. Und dieses freie Lachen finde ich super, aber ich glaube, dass es auch was ist, was man noch lernen muss, dass Leute das nicht albern oder lächerlich oder peinlich finden, ohne Grund zu lachen. Ja, das stimmt. Dafür tue ich es, dafür zeige es und höre auch nicht auf damit, einfach das wirklich weiterzutragen, weil ich das als eine sehr große Erleichterung finde. Ja, was würdest du denn gerne noch so nach deinem Selbstversuch den Zuschauern mitgeben? Was wäre so deine Botschaft? Einmal auf jeden Fall, dass all diese Glücklichsein und Dopamin-Push-Sachen natürlich nicht funktionieren, wenn man eine Depression hat. Also das muss ich mir nochmal dazu sagen, weil das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Situation. Da kann ich gar nicht drüber sprechen. Aber wenn man jetzt nicht in der Depression gefangen ist, hilft es sehr, wirklich seinen Fokus zu verschieben und auch mal sich ein bisschen zurückzunehmen und nicht alles ganz so ernst zu nehmen im Leben. Also ob die Tasse jetzt kaputt ist oder man mal das Bein gebrochen hat, ist alles nicht schön, aber wir leben noch. Also manchmal hilft das, ein bisschen den Aspekt und die Perspektive zu verändern. Was ist dein nächster Selbstversuch? Ich habe vier Wochen lang vier extrem verschiedene Kleidungsstile getragen und habe gesehen, wie ich mich darin fühle und wie meine Umwelt mich wahrnimmt. Und darüber verrätst du wahrscheinlich noch nichts, was da wirklich rausgegangen ist. Ich kann verraten, dass ich eine Woche im Anzug rumgelaufen bin und eine Woche in so bunten Klamotten, dass ich mich am ersten Tag fast nicht auf die Straße getraut habe und dass das meinen Kleiderschrank sehr verändert hat, nachhaltig. Okay, da bin ich ja schon sehr gespannt darauf, was da rauskommt. Dein Video über dieses sieben Tage glücklich fand ich auf jeden Fall sehr wertvoll, sehr gut auch produziert und auch du hast ja sehr viele Experten zu Wort kommen lassen und das fand ich einfach sehr gut, dass man da ein Stück weit auch die ganze Breite gesehen hat, was da alles eine Rolle mitspielt. Ja, das versuche ich tatsächlich immer, auch um all die Bereiche mit abzudecken, die ich gar nicht abdecken kann. Deswegen hatte ich da zum Glück einen Neurologen, der uns ganz viel über das Gehirn erklärt hat, wie entsteht Glück im Kopf. Weil wenn ich mir das dann zurechtlese, gebe ich es vielleicht falsch wieder. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich Experten habe und auch beim Lach-Yoga war das super, dass du das kurz erklärt hast für uns und den Leuten sehr kurz und einfach erklärt hast, wie sie selber zu Hause nachmachen können. Ja, das versuche ich halt wirklich auch ganz kurz in meinen Videos zu bringen. Wir haben ja so viele Videos im Netz, dass man da ein Stück weit erschlagen wird und die Lust, lange Videos anzugucken, ja auch nicht unbedingt so verbreitet ist. Deswegen versuche ich es immer ganz kurz auf den Punkt zu bringen und dann damit die Leute zu animieren, mehr zu lachen. Ich hoffe, das habe ich bei dir geschafft. Auf jeden Fall. Also ich bin nach wie vor auf Instagram immer sehr erfreut, wenn ich dein Gesicht sehe. Dankeschön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen weiteren Experimenten. Das war jetzt wieder ein sehr spannendes Interview. Jetzt habe ich ja schon mal, als erstes habe ich ja schon einen kleinen Witz gemacht in dieser Sendung. Dieser gute Mann, mit dem du gesprochen hast, heißt gar nicht Josef the Chairman, sondern Changeman. Ja. Guck mal, der chargt gar nichts, sondern der changed eher was. Was ich ganz wichtig fand, was er gesagt hat, ist, dass wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, das ist diesen, dass sich in den Alltag integriert, dass jetzt, wenn ein Malheur passiert, wenn man drüber lacht oder er drüber lacht, dass es plötzlich schneller vergeht, sich verändert. Aber auch Humor, das fand ich auch ein spannender Aspekt, Humor so viele Facetten hat, wo es dann auch manchmal unter die Gürtellinie gehen könnte und Humor scheinbar aus seinem Freundeskreis sehr facettenreich ist. Was hast du sogar aus dem Gespräch mit ihm herausgeholt? Ja, dass wir ganz viele Aspekte in unserem Leben bewusster leben dürfen und ein Stück weit auch mehr gucken können, sag ich mal, was macht das gerade mit mir? Genau, also bewusster, glaube ich, auch wahrzunehmen, wo halte ich mich gerade auf? Mache ich mir jetzt wirklich das Drama? Verlängere ich das? Oder ist es jetzt gerade passiert? Gut, Punkt, das ist jetzt eh vorbei und ich habe eine andere Haltung dazu. Das hat ja auch dieses positiver oder schneller vorübergehen, hat auch was mit einer inneren Haltung, finde ich, zu tun. Und dass es nichts nützt, sich Stress zu machen, ich muss jetzt dringend gut drauf sein. Ja, und schön fand ich auch, dass er gesagt hat, dass dieses Experiment ihn dazu hingebracht hat, diesen Förderantrag, der eigentlich völlig Utopia in 24 Stunden war und mit dieser Stimmung, die er jetzt hatte, dann auch seinen Erfolg selber geleistet hat. Also hat es noch ein bisschen, können wir sagen, positives Denken hat eine Wirkung, wenn ich nicht Positivismus daraus mache, sondern anfange zu überlegen, wie ist die Situation und wie ist eine andere, positivere, freudvolle, ich schaffe es, ich packe es an Haltung. Was verändert das in meinem gesamten Leben? Ja, freudvolles Lernen, freudvolles Arbeiten. Freudvolles Arbeiten, freudvolles Lernen, wertschätzender Umgang, glaube ich. Ich glaube, dass wir dadurch schaffen können, wirklich nicht diesen Vorurismus zu leben, sondern mal wirklich zu schauen, wie kann Humor anders auch sein? Wie kann ich wertschätzenden Humor gestalten? Ich meine, ich kenne auch noch Blondinenwitz, ich sage aber immer, ich bin blond, blau, das macht mir mal gar nichts aus, sage ich jetzt mal so. Ich freue mich sehr auf unsere nächste Runde Lachen ohne Grund und Sie bleiben bitte dran und überlegen sich jetzt mal, wie Sie Ihre Stimmung heben können. Vielleicht aus diesen Ideen, die wir hier geschöpft haben heute, vielleicht Ihr gutes Launepotenzial steigen. Also bitte nicht 365 Tage mal 24 Stunden mal 120, das könnte daneben gehen und sollten Sie irgendwie in Ihrem Stimmungslevel unten hängen, dann bitte ganz langsam Step by Step sich hocharbeiten auf Ihrer kleinen Emotionalleiter, damit Sie nicht zu tief fallen. Denn das haben Sie von beiden Experten gehört, dass man doch tief stürzen könnte, wenn man zu hoch hinaus will. Also wir wünschen Ihnen alles Gute und bis bald bei Kurskorrektur und Lachen ohne Grund mit Carmen Cochlin.